Cyberport präsentiert den Business Switch 250-24-T4G von Cisco. Wer ein Netzwerk aufbauen will, braucht die richtige Technik. Gerade im Unternehmenskontext stehen Sicherheit und Netzwerkleistung an oberster Stelle. Der Cisco Business Switch bietet dazu eine einfache und zuverlässige Lösung. Mit 24 Ethernet-Anschlüssen ist der Switch sehr gut für kleine bis mittlere Unternehmen geeignet. Dank seines kompakten Designs passt er auch in enge Umgebungen. Für das erste Jahr ist der Zugriff zum Small Business Support Center direkt enthalten. Bei Fragen könnt ihr so auf den kontinuierlichen Support von Cisco vertrauen. Mit dem statischen Layer-3-Routing wird das Netzwerk in Arbeitsgruppen verteilt, die über ein VLAN, also ein virtuelles Local Area Network, miteinander kommunizieren. Dadurch wird die Leistung des Routers geschont, da das interne Routing vollständig über den Switch abläuft. Der Business Switch unterstützt wie die gesamte Cisco Business 250-Serie IPv6 ebenso wie die vorherige Version IPv4. Vergrößert sich euer Netzwerk, dann ist euer Switch bereit. IPv6-fähige Anwendungen lassen sich ohne zusätzliche Aufrüstung nutzen. Weiterhin unterstützt der Cisco Switch IP-Telefonie und priorisiert verzögerungsempfindliche Anwendungen wie Videocalls oder Anrufe. Unterschiedliche Sicherheitsfunktionen wie IEEE 800 2.1x Portsicherheit, Schutz vor DOS-Angriffen und Zugriffssteuerungslisten verhindern zudem unbefugte Zugriffe auf Unternehmensdaten und Netzwerkangriffe. Sichere und zuverlässige Netzwerkverbindung in eurem Unternehmen mit dem Cisco Business Switch 250-24-T4G. Interventor im Mitarbeiterinnen und Verbindlichen Anwendungen sind. Interventor im Mitarbeiterinnen und Verbindlich Es macht einen Anwendung im Mitarbeiterinnen und Argumenten.